hallo hallo da sind wir wieder bei sticks auf darkness auf verkackte seuche ich bin ja auch ein schatten ich konnte nichts finden nichts 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 Ja. wo war dieser bitte richtig nein nicht da ich habe schon etwas Spaß gemacht habe ich das Was war das? Was war das? Nein! 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 waren wir nicht schlecht ich habe schon wieder vergessen was ich machen wollen musste stil 3 zwergische bomben 8 3 musik ich bin es schief ich bin es schief ich bin es schief Oh, da hätte ich nur runterschubst, wie könnte ich denn? Jetzt hängt er da fest, wa? Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr schlafen kann. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr schlafen kann. man kann man nicht schubsen schon verwirrend, ne? wo is'n der hin? wie der sich da hochzieht immer oh, hallo mein Gott ja, ich will das Eisenerz hier haben oh, komm schon okay, das kann doch nicht wahr sein dann leck mich doch einfach mal fett ah Hallo? Och, das kann doch nicht wahr sein, ey. Das spiel ich jetzt nicht auf die Kette, ne? Was springt der so? Oh, tu das mutig, wie sonst was, ey. Jetzt hat er das gemacht, was er sollte. Oh, du bist. 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 so dann ist jetzt noch irgendwo der bombe sein ich könnte mir fast vorstellen dass jeder drüben auf dem schiff ist es 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 Hup! dann habe ich ja gar nicht gesehen ja bleibt die ganze zeit da stehen das wäre natürlich nicht schlecht aber der wird mich doch sehen da ja 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 Da komm ich gar nicht rein. Was? Ich sehe aber keine weiteren Fußspuren. Weil sonst müssten die ja Fußspuren auch zu sehen sein. Auch nicht. Was ist das hier genau? Was ist das hier genau? Das ist blöd, Mensch. Schon längst vorbei, du Nase. Ach, nee. Okay. 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 Jetzt sind die Fußspuren wieder hin. Wie sieht man nirgendwo vor spuren. Okay. 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 Baugst du das? Nee. theyHowity! Es ist eine große Stadt. Ich muss aufhören, wenn ich anfangen will, diesen Weg zu folgen. Ich geh lange zur Leuchtauerspitze. Wenn du mir sagst, wo die ist, ist da. Ich habe es gerade eben schon wieder fallen sehen. So, einmal rüber, bitte. So, da kann ich jemand sehen. Ich kann nicht, ich kann nicht. Wenn der Boss sees mich mit den Exkursen, kann ich meine Pape sagen. Ich werde glücklich sein. Ach, das ist doch das Schiff hier, wo ich den einen nach unten getragen habe. So, scheint, dass wenn hier nichts mehr wäre. Jetzt bitte. Oh, was? da muss ich jetzt erst mal beide fresse so gibt es hier noch irgendwas was ich machen könnte sieht nicht so aus ich muss auf die spitze nicht da rein toll um das zu sehen muss ich jetzt hier hoch wunderbar naja gehen wir mal weiter war ach hier war das da seht ihr das auch hier schon wieder so gut versteckt gewesen ich auch fast übersehen trotz dass ich hier mit dem ding ist durchgeguckt habe mit dem blick des jahres hier komme ich nochmal hier hoch da so wo ist das mit dem schiff hier unten jetzt werde ich hier fast runter gesprungen da war doch ein fenster könnte ich eigentlich hier runter die spuren nicht hier nochmal fußspuren sehen eventuell anscheinend nicht hier 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 Oh. Scheiße. Okay, I'll take care of it. I've seen Goblins everywhere now. Got it! Lass mich da eine Malo. Okay, I'll take care of it. Got it! Bizarre. I can't find him anywhere. Okay, I'll take care of it. You're out of your way, class. What's going on? No problem. Don't scare me of it. That's right. What the? Okay, I've got it. What the hell is this? Ah, ja. Where did he go? Der Boot ist jetzt weg. I can't find him anywhere. Well, the courier läuft hier rum. This can't be possible. Where did he go? Couldn't find anything. He must have left. I couldn't find anything. We should have left. Oh God. Oh, you are dead meat tiny. Toar! The enemy is here! What? Where did he go? That, that filth again? Okay. I'll take care of it. This is weird. I got it. The cockroach. Ah, you're dead meat tiny. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ey, diese Folge, echt. Ey, diese Folge. Die bringt mich noch aus der Fassung, ey. Die reinste Sterber-Folge hier heute. So, wo ist jetzt der Trottl, der hier mich gesehen hat? So, mal gucken, ob der da wieder runterfällt. Ach, runterfällt, da rein drauf reinfällt. Wahrscheinlich er nicht, weil der wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr läuft. Think about it, Chief Rain. If you wanted to hide something around here, how would you go about it? Heißt das, das hier könnte auch das Versteck sein? Hier ist es nicht. Warte mal, hier ist doch auch so ein... No. That filth again! Come on, baby! Ah, das ist noch so ein Fettsack. Also, es muss hier irgendwo sein, das wird der Versteck. Der Versteck, die Versteck, das Versteck. Ich könnte mir vorstellen, dass es in einem von diesen Boxen hier ist. Und dass man das wohl eher nicht sieht. So offensichtlich, wa? Kann echt nicht wahr sein, ne? Das ist echt... Hey, Leute, ich mach mal mit dir, äh, Folge heute Schluss, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Wober. Ciao, ciao.